und dann hat geld geleuchtet habe reingeschaut was ich angebot kriegen hat erinnert für emmy ich wollte sowas wie wiederbelebung jetzt nicht gerade machen soll jeder schon sein wenn man im punkt sind dass ich niemand neues im chat habe dann werde ich wiederbelebung machen es läuft besser wie vorhin und sie forschen es wird gekocht die stromversorgung steht schon wenn auch nur mit einer batterie drei toilette haben auf dem vorneren super computer ist im auftrag es läuft besser wie vorhin okay anix lacht im moment besser ja will unbedingt noch mal mein obhut ne komisch oder wir brauchen eine lina erweiterung weil du für bräst du hier wer nach derzeit mir gar nicht das gerät Ah. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Die machen wir das nicht. Die hat einfach nur Erde geholt. Ich habe es mir mal in Auftrag gebt, ob ich es da nicht mache. Tja, weil ich es neuen Auftrag gebt habe, ist es gemacht. Oh, jetzt wird wieder überall was gemacht. Das ist ein komisches Spiel. Okay. 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 Ja, jetzt wird das Feld für den Supercomputer freigemacht. Ja. 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 Jawohl. Jawohl. The Chess, guckt uns euch an. The Chess macht einfach wieder der Computer. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Ja. Ja, wesentlich schneller. Gut. Gut. Ja. 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 Oder ist das zu weit weg? Du musst da ohe machen. Oder ich mach's da ohe. Ich mach mal bei dir. Vielen Dank. Hi, Sarodin. So, die Forschung ist wieder vollbracht. Wir stoppen kurz. Wir haben jetzt neues Alke-Terrarium. Das hilft auch, Sauerstoff zu bekommen ohne die Elektro-Kraft. Aber es kostet halt viele Alke. Beim Kochen haben wir jetzt auch diese Startbox, können wir jetzt selber bauen. Und Pflanzenkiste, dann veredeln. Komposter, der macht mir der Sauerstoff wieder kaputt, habe ich so in Erinnerung. Guck mal, wo ich das hier mache. Ja, aber die Pflanzenkäste waren jetzt so das Hauptmerkmal-Dingses. Die wäre ich Doji machen. Dann wollen wir dann das Boot noch hinziehen und dann Doji setzen. Und dann, ja, Jess, keine Ahnung, muss noch mal erklären, wie die Pflanzenkäste funktionieren. So, ich gebe der Erschmutter-Auftrag noch zur Grabe, weil hier ist ja noch überall Alge. Die Wolle-Major. Was ist das? Das muss ich wieder stehbleiben. Wenn sie da dran kommen, ist gut. Wenn es dann nicht. Wir machen wieder Play. Wir machen wieder Play. So, wir haben aufgeräumt. Die Veteranen sind neu gemacht. Das ist gut. So, ich habe nichts. Das hier. Was ist das jetzt hier? Ich glaube, Emi kommt zurück. Direkt ans Werk. Beim Aufräume-Helfer. So, woops, fein. Da haben wir schon was Neues. Gedeckt. Gut, die Emi ist jetzt so. Oh, ich packe das Teil immer noch weg. Dort. Ich muss noch ein Lichter durchbohren. Die Rahmen deutet erstmal los. Ja, ich weiß, aber der Testteil hier muss gebaut werden. Und dann kann ich hier den Forscher-Wissenschaftler erst bestimmen. Das ist wie das Minearbeiter. Oder welche Massen. Wir machen das hier weg. Und jetzt enden wir das mit 9. Warum kann ich so ein Tier setzen? Bestimmt, weil die Pflanze da ist. Ich schau mal auf den Boden. Machen Stolz. Das war's für heute. 5 überlebende im moment hab ich das ist 9 das ist auch 9 machen sie aber nicht ja trotzdem das aufräumen und vorgezogen jetzt gerade er hat jetzt lieber hier abgebaut wieder runter zu krabbeln und zu holen jetzt gehen sie doch nicht ein bisschen klasse wunderschön und will ich aber auch die berufsstation baut die berufsstation der forscher wo ist die forscher minarbeiter architekt versorgung ingenieur forscher emmy junior alles klar gut dann brauchen wir den nina weiter da ist die fanny der architekt versorger der silber ist ein versorger dann der koch der teckner und dann forscher was ist jetzt wichtig was haben wir hier elektrischer grill wer noch mal kochen quantitentisch acker ich nehme das oder ist was wichtigeres im vorfeld zu machen wenn ich selbst ist an die luftschleuse richtig ich finde die luftschleuse wichtig der kocher hat uns vorhin schwierigkeiten gemacht ich bleib mal beim kocher mit dem grill die freien sich alle jetzt berufe angeht sie dürfen nur der jazz hat kein beruf gekriegt gut der ovel ist jetzt der luftbrock ist jetzt auch weg dann können wir da auch auf machen wir jetzt die waren noch gute jazz kochen ne teckner da haben sie alles abgebaut das finde ich gut jetzt nichts halt nur noch weggeräumt werden dass wir hier der botte reinziehen können oh die zwei pflanzen dann ziehe ich der botte da rein und dann machen wir das pflanzeding da hier die fünf die fünf Untertitelung. BR 2018